Wir haben hier ganz verschiedene Karten, kann man alle sehen. Und dafür mal an einer beliebigen Stelle stopp. Stopp! In die Karte, schau sie an, ich darf sie nicht diesmal sehen. Okay, wir haben die Karte gesehen. Und ich werde jetzt eine besondere Methode verwenden, um deine Karte zu finden, okay? Deine Karte ist... Nein? War nicht eine bessere Idee. Okay. Ich nehme einfach alle Karten und schmeiße sie... Jaaaa! Ich will das so fast sehen. Ja, halt sie einfach... ...ding mit Fenster. Ich mach einfach! Ich hole mir die Karte. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Näh! 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 Sie ist einfach mal auf der anderen Seite, Mann! Sie ist einfach auf der anderen Seite! Schon ja? Wie hast du das gemacht? Zu krass! Ja, was? Ich hatte... Ja, auf der anderen Seite! Hahahaha! Karte, ein Keiner. Wie ist das?